Ohne Krimi geht die Mimmi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimmi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimmi in die Haier umhaut zehn, aber niemals ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Keinen Gürtel, keinen Schiller holt sie aus dem Schrank heraus. Nein, einen superarten Thriller sucht sie Mimmi aus. Ohne Krimi geht die Mimmi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimmi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich kann nicht schlafen, denn die Mimmi will lesen. Die nächste Leiche fahrt es mal nicht erst ab und schleiche aus dem Bett, aus dem Zimmer, aus der Wohnung, auf die Straße, in die Bar. Denn dort machen ein paar Klare mir den Schädel wieder klar. Bei der Mixer an der Theke bin ich Dauerabonnement. Bei ihm bleibt ich so lang bei mir zu Hause das Licht noch redet. Ohne Krimi geht die Mimmi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Mimmi hat ein Krimi an die Interpol. Und es ist dann auch ein Krimi. Oder es ist dann auch ein Krimi. Ohne Krimi! Ohne Krimi geht die Mimmi. Untertitelung des ZDF, 2020